Nicht nur Deutschlands Wirtschaft steckt knietief im Dreck. Düstere Prognosen kommen auch aus Großbritannien. Das Land befindet sich bereits mitten in einer Stagflation und das lässt britische Familien in die Armut rutschen. Für 2022 rechnen Experten damit, dass 1,5 Millionen Haushalte in Großbritannien mit Lebensmittel- und Energierechnungen konfrontiert sind, die ihr verfügbares Einkommen schon jetzt übersteigen. Am schwersten betroffen seien London und Schottland. Nach einem fast 10-prozentigen Einbruch der Wirtschaftsleistung 2020 wuchs die britische Wirtschaft 2021 nur um 7,4 Prozent. Das ist ein reales Minus von 2,6 Prozent. Und 2022 könnte schlechter nicht laufen. Das Kasperle-Theater mit Boris Johnson an der Spitze hofft zwar immer noch auf einen Wirtschaftswachstum, aber das scheint nicht eintreten zu wollen. Die ökonomischen Aussichten sind schlecht. Fakt ist, Hoffen allein hat in der Wirtschaft noch nie gereicht. Das weiß eigentlich auch Finanzminister Rishi Sunak. Für ihn geht es mittlerweile um alles. Der britische Finanzminister steht extrem unter Druck. Die Inflation im Vereinigten Königreich ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Ähnlich wie in Deutschland sucht auch die britische Regierung die Schuld zuerst bei den anderen. Da wird lamentiert über globale Stürme wie unterbrochene Lieferketten, Ukraine-Krieg, Corona, ein Schwächeln des China und ähnliche irrelevante Faktoren. Nicht erwähnt werden die bewusste Schwächung der britischen Wirtschaft durch den Brexit, die zu hohen Steuern im Land und die zu lange durchgezogene Nullzins-Politik der Bank of England. Zwischen 2009 und 2021 lag der britische Leitzins im Schnitt bei 0,5 Prozent. Manchmal sogar darunter. Da ist keine Luft nach oben, wenn man sie braucht. Um eine stagnierende Wirtschaft zu retten, bräuchte man einen Leitzins von wenigstens 4 oder 5 Prozent. Dann hätten die britischen Zentralbanker etwas Spielraum beim Senken des Leitzins. Das würde dann mehr Investitionen mit sich bringen, weil niedrige Zinsen bekanntlich das Geldborgen leichter machen. Schade. Dieser Zug ist leider abgefahren. Die Damen und Herren Politiker schauen dem Zug auf dem Bahnsteig hinterher, während sie unkoordiniert mit den Händen fuchteln und auf den Ukraine-Krieg schimpfen. Fakt ist auch, dass britische Unternehmen trotz eines historisch niedrigen Leitzinses von 0,25 Prozent im Jahr 2021 immer noch deutlich weniger in ihre Wirtschaft investierten als in anderen Ländern. Auf diesen nüchternen Fakt verwies kürzlich Tony Danker, Generaldirektor des Britischen Industrieverbandes. In Großbritannien herrsche generell ein schlechtes Investitionsklima, egal ob der Leitzins hoch oder niedrig ist. Das habe der Finanzminister Sunak mittlerweile sogar anerkannt und deswegen angekündigt, die Steuern zu senken. Doch seine Pläne sind zumindest bisher sehr vage. Eigentlich hatte die Regierung ja Steuererhöhungen geplant. Unternehmer sind deshalb skeptisch und halten sich weiterhin mit Investitionen zurück. Zitat Tony Danker Das Vereinigte Königreich braucht in der Tat einen Schub. Viele Kerndaten weisen auf eine schlechte Entwicklung hin. Der Internationale Währungsfonds hat berechnet, dass Großbritannien 2023 das niedrigste Wachstum aller G7-Staaten verzeichnen wird. Und die Inflation könnte schon bald deutlich über 10% liegen, sagte Notenbankchef Andrew Bailey in dieser Woche. Er habe große Bedenken. Er behauptete auch, dass das niemand vorhersehen konnte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Notenbankchef Bailey argumentiert in etwa so. Die Inflation steige unerwartet und sie steigt weltweit. Und er entschuldige sich, dass er in seinen Ausführungen so apokalyptisch sei. Doch Kritiker argumentieren, in Großbritannien ist die Inflation im April 2022 mit 9,2% aus gutem Grund viel höher als in anderen Ländern, beispielsweise in der Eurozone. Deutschland meldete nur 7,4%. In der Tat ist die Inflation in Großbritannien eine der höchsten in der Welt. Wegen der miesen Regierungspolitik kritisierte etwa Ed Davy, der Vorsitzende der Liberaldemokraten. Zitat Davy Das Schlimmste ist, diese Politik lässt Familien und Pensionäre außen vor, die von den hohen Preisen getroffen sind. Wir fordern eine Steuersenkung, zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer. Das muss dann einer durchschnittlichen Familie mindestens 600 Pfund Erleichterung bringen. Das wäre mal ein gutes Signal. Zitat Ende Solche Maßnahmen für Haushalte lehnt die Regierung aber bislang ab. Deren Argumentation geht so. Es sollte kein Behandeln der Symptome, sondern der Ursachen geben. Will heißen, die Regierung kann nicht auf die Steuern verzichten. Das Finanzministerium teilte mit, die Regierung habe bereits mehrere Maßnahmen beschlossen, um ärmeren Haushalten zu helfen. So könnten seit Corona mehr Menschen den sogenannten Universal Credit erhalten. Ein Subventionsprogramm für einkommensschwache Bürger. Das Wirtschaftswachstum soll irgendwie anders angekurbelt werden. Aber das gelingt der britischen Regierung genauso wenig. Sie hat nämlich keinen brauchbaren Plan.